Was ist denn hier für eine Stimmung? Wollen wir gleich noch einen Track aufnehmen oder trauern wir jetzt? Trauern wir, schnämen wir jetzt auf. Ich habe mir Eintrachtsspieler auch gerne im Stadion angeschaut. Mit Breitner gegen Bayern München. Mit Breitner und so die Leute zusammen geschießen haben. Am Spielfeld dran. Du Scheiße und so richtig isig laut. Alle Leute haben es gehört. Wir haben es irgendwie öffentlich mitgegeben. Das war aber klasse. Ja, liebe Zuschauer und Zuhörer. Wir sind ja mal gespannt, was uns dieser Mann alles jetzt erzählt und wie es sich hinterher anhört. Friedenheit ist garantiert. Die Mauknecht weiß, was Frauen wünschen. Wir müssen die Emi aus den roten Zahlen rausholen. Ich glaube, das erfahrt man von uns. Das war jetzt kein Scherz. Die Labina. Auf wen die Kamera zeigt, da muss ich ausziehen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist aber halt. Stopp. Weißt du was? Was ist denn? Jetzt bohre ich mir auch noch in die Nase. Warte. Wir machen eine gesperrierte Nummer. Brauchen wir jetzt gut auf Party. Ja, schwerer Abend. Irgendwie. Bredens, Mr. Bredens. Also hier singt die Matisation in ihrem Karbois und das ist eigentlich schwerst gemütlich. Was ist denn? Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, aber du Koffer, das sieht ja nichts aus. Ja, jetzt werden wir das Lied Cinderella singen. Ja, jetzt werden wir das Lied Cinderella singen. Ja, Arnie, guten Tag. Guten Tag. Bon journeau. Bon journeau. Ja, sehr schön. 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 Ja, aber dann können wir hier schon was korrigieren, weil irgendwo sind hier verkehrte Sachen drauf, da hab ich irgendeine Scheiße gemacht.